Wir rechnen mit großem Interesse der gesamten Community nach dieser langen Zeit der reinen Online-Kommunikation und wir wünschen uns ein Wiedererstrahlen der DMEA mit neuem Glanz, vielen Besuchern und Gesprächen in toller Atmosphäre. Zunächst freuen wir uns einmal, dass die Veranstaltung wieder in Präsenz stattfindet. Der direkte Austausch mit den Kunden ist doch um einiges wertvoller als manches digitale Format. Wir hoffen, dass wir mit den Schwerpunktthemen digitales Medikationsmanagement und fallbegleitende Codierung Themen adressieren können, zu denen die Kunden Fragen haben und wir die Antworten. Für dieses Jahr steht sicherlich der persönliche Austausch mit unseren Kunden und den Interessenten im Vordergrund. Zwei Jahre lang haben wir Neuerungen eher auf theoretischer Ebene gezeigt und präsentiert und freuen uns jetzt wieder unsere Software auch am Stand erlebbar zu machen. Die Freude auf eine echte große Vor-Ort-Veranstaltung steigt und dass dies zur DMEA 22 klappt, ist für uns von besonderer Bedeutung. DMEA Connecting Digital Health DMEA Connecting Digital Health DMEA DoB Und弔ıların Interessenten region Thermale DMEA no